Selbstverständlich plane ich bereits mit dem nächsten großen Special, welches zur 75. Sender erscheinen soll. Dieses Mal wird es entsprechend meiner Erfahrungen als Dichter ein Special sein, welches sich in ausgleichender Themenberechtigkeit sensiblen, gefühlvollen Liebesliedern widmen wird. Selbstverständlich werde ich alle gespielten Titel selbst produziert haben. Womöglich werde ich in vielen oder vielleicht sogar in allen, sogar im Vordergrund zu hören sein. Hier ist bisher noch nicht ganz klar, was an Liebesliedern recht radikal oder fotografisch ist, aber vielleicht kann ich in den nächsten Wochen noch mancher Holzkopf aufklären. Ansonsten wünsche ich allgemein hin einen tollen Abdreher. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017